Ja, pass auf, ich war am Gemüseladen, hab mir Brokkoli, Birol, Salz, den Meer, ich hab kein Brokkoli mehr, dreht das sich so um, gar kein Stress, ich darf mir meine Stammkunden runterladen, so irgendein bisschen essen. War so geil auf Brokkoli, bin ich dann einfach gekauft, der cruncht so komisch. Crunch-Brokkoli. Hab den dann gegessen, hast nicht lange gedauert, Darm aufgeschnitten, der war gestreckt mit Glas. In die Röschen machen wir da Glas rein, sodass wir ihm mehr Geld verlangen können, die Scheiße überall in mir gewesen. Weil ich nicht mal mir mal Brokkoli hintertrauen kann, wem dann auf der Welt?